Justus Liebig stand am Krankenbett einer jungen Frau und schüttelte sorgenvoll den Kopf. Vor ihm lag Emma Muspratt, 18 Jahre alt, die Tochter eines guten Freundes. Sie war an Typhus erkrankt und obwohl ihr Arzt sagte, dass sie die Krise überwunden habe, wurde sie zusehends jeden Tag schwächer. Liebig vermutete, dass das an ihrem Darm lag, der die Nahrung nicht verdauen konnte. Sie aß und trank, aber der Darm konnte offensichtlich die Nährstoffe nicht mehr aufnehmen. Liebig wandte den Kopf, neben ihm stand sein Freund Muspratt, der Vater von Emma, mit Ringen unter den Augen und angstgeweitetem Blick. Kaum hörbar flüsterte er, kannst du hier irgendwie helfen? Liebig wollte schon den Kopf schütteln. Da tauchte vor seinem inneren Auge die Erinnerung an Versuche auf, die er Jahre zuvor mit seinen Studierenden in Gießen unternommen hatte. Er hatte Lebensmittel analysiert, Getreide, Brot, Fleisch, auf ihre Inhaltsstoffe. Und dabei hat er ein Verfahren gefunden, um aus Fleisch einen Extrakt herzustellen. Einen eher zähen Sirup, der seiner Meinung nach alle wichtigen Inhaltsstoffe des Fleisches enthielt. Vielleicht könnte das Emma helfen. Vielleicht könnte eine derartige Brühe direkt aufgenommen werden, ohne verdaut werden zu müssen. Justus Liebig ging in sein Labor. Er ließ ein frisch geschlachtetes Huhn besorgen und es kochen. Dann hackte er es klein und legte Fleisch und Knochen in eine verdünnte Salzsäurelösung. Für acht Stunden. Dann filterte er das Ganze ab, neutralisierte die Flüssigkeit mit Natron. Und die so erhaltene Brühe brachte er in einer großen Flasche ins Haus der Musprats. Er trug den Eltern auf, Emma von dieser Flüssigkeit regelmäßig und reichlich zu geben. Und wenn ihr Neues braucht, sagte er, dann gebt mir Bescheid. Ihr könnt davon haben, so viel ihr wollt. Jetzt können wir nur noch warten. Drei Tage später stand der Vater Musprat vor Liebigs Tür. Er umarmte ihn. Seine Augen leuchteten und er rief, du hast sie gerettet. Du hast mich gerettet. Und tatsächlich. Kaum hatte Emma Musprat die ersten Löffel dieses Infusums, dieser Brühe zu sich genommen, fing sie an, sich besser zu fühlen. Zusehends wurde sie gesünder. Nach einigen Wochen war sie vollständig geheilt. Justus Liebigs Fleischextrakt hatte Leben gerettet, schon lange bevor er in die Läden kam und für Jahrzehnte eine beliebte Küchenzutat war. Und die ganze Zeit zu sehen, dann ist er, wenn wir eine Zeit noch wurde, dass sie mit der Läden kam und für Jahrzehnte eine beliebte Küchenzutat war. Vielen Dank.